Press Ani K to Diesmies So, schönen guten Hallo, wir spielen What's the Box, das ist ein Spiel, da ist man eine Box und dann muss man andere Boxen töten. Und man kann sich verstecken bei Boxen und das war's eigentlich schon. Kann man eigentlich auch so ein Kürbis sein? Ich bin verwirrt. Gefunden! Ah! Ah, besser Kevin! Adi, hör auf zu denken, Mann! Denken? Ich heiße ja immer noch Fickschnitzel. Warum hab ich das Messer draußen? Lie! Nein! Scheiße, ich hab dich mitgekriegt von wo du's kam. Natürlich! Adi, ich bin hier! Sag ich doch! Easy! Ja, Mann! Geht auf! Wow, Schoko, kann es dir, Adi! Nee, du warst noch nicht tot. Lass den Bauch auf, lass ich denn, du Gedämmel! Aua! Den Kürbis! Warte mal! Gibt's da Optionen? Kalami Slayer! Return to game! So, Musik ist an! Moment! Wo sieht ich wieder aus? Sie ist ja grässlich! Yep! Ich bin tot! Ah! Ah! Dahin! Ah! Es klärt das unter euch! Ich hab damit nichts zu tun, das Paket war heute pünktlich! Ich bin tot! Du, ich bin tot! Ich weiß, dass du es bist! Ah! Geh weg! Geh weg! Pack das Messer weg! Packen sie das Messer weg! Hände hoch! Polizei! Nein! Nein! Wenden wir! So gut, wir müssen weiter! Ah! Nein! Ja, vom Arsch! Alter, Tugend, warum... Warum bist du so schlecht? Ich bin so schlecht wie du! Ich hänge fest! Ah! Ah! Ein Henker! Nein! Ah! Fick! Ich bin Meister Assassine! Ja, die ist beim Kürbis! Bin ich nicht! Wow! Ah! Alter, dieser Sound lautstärke! Ich mein, was näher dran ist, ist der auch lauter! Hab dich noch gesehen, Togai! Nein! Ich hab was gekickt! Achso, mich gesehen! Ah! Meister! Nein, ich hab... Schoko, Kevin! Ich bin wieder unten! Schautschau bis nachher! Komm doch! Komm doch! Fuck! Ah! Warum bist du direkt da, wo ich spawn? Warum fliegt der Baum hier in der Luft? Ah! Ah! Ich weiß, dass du es bist! Wo seid ihr? Hier! Meine Boxen! Ah! Die sind einfach alle! Oh! Mit Kyo kann man ja auch zum Messer wechseln! Schoko! Ja! Schoko! Wo bist du? Schoko! Irgendwann war einer! Schoko! Was ist denn? Schoko ist ein Locker-Togai! Aha! Ja, das war Martin! Warum hast du eigentlich dein Messer draußen, wenn du dich verstecken möchtest? Das war draußen? Ja! Ja! Oh! Ah! Ah! Nein! Schoko ist on fire! Nice! Ja genau, Alter! Schoko hat Ultra-Instinkt! Ein der Räuber-Ultra-Hex! Nein! Wer ist hier? Hier war doch grad jemand! Okay! Ich weiß eh nicht, Kato, dies mies! Ja, was?! Oh je! Oh je! Du bist ein bisschen verarscht! Oh je! Du bist ein Fisch-Schnitzel! Ich treff nicht! Fuck! Das ist ein Messer-Sie! Nein! Jecker! Ah, meine Ohren! Trennt noch nicht weg! Scheiße! 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 Ah! Ah! Verdammt! Ah! 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 Das war kurz hier! Geht doch! Meine Maus war die ganze Zeit sichtbar! Also! Ja! Bei mir auch! Du musst raus tippen! Das hab ich grad gemacht! Ja! Mach doch! Als ob ich dumm bin, ey! Das hat keiner gesehen! Nein! Ah! Ah! Scheiß Messer! Will ich bitte? Da war doch was! Es ist unheimlich! Alles immer so allein! Und dann wird man einfach abgeschossen! Da war doch was! Ah! Da! Ah! Das Fickschnitzel! Na! Komm zurück! Ey, das ist voll geil! Ich komme! Fuck! Wallhack! Ne, nichts Wallhack! Doch, Wallhack! Das war ein A-Bot! Wallhack! Das ist ne richtige Schnitte! Gib mir Schnittenusse! Ne Milchschnitte bin ich! Boah! Ah! 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 Dein Scheiß Messer! Ich rabe dir das gleich sonst wohin! Oh fuck! Alter, da ist ja einer! Ultrainstink, nennt man das! Ich merke's! Oh fuck! Da ist noch einer! Ultrainstink! Die Rache ist Mama Mia! Scheiße! Ah! 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 Woher gehst du nicht? Ob so auch im Amazon Lieferservice aussieht? Na klar! Oder bei DHL! Auch wenn ein Messer um den Tacker mitdrückt! Bäh! K.S. Schubi! Eckfurtzfack! Ah! Da ist er! Ei! 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 Wann ist das mit?! Weill du so blöd bist und hochsprinzt! Ah! Wer war es denn? Ah! Okay! Ah! Endlich eine neue Member! Schnee, Mann! Geh doch noch auf Schoko! Auf mit dem Scheiss! Woaw! Alter! Alter! Schoko, der ist am Baum bei den Kisten. Ha! Oh, das war gar nicht Schoko. Das kann doch nicht wahr sein! Äh! Alter! Alter! Oh! Schoko fickt wieder Reste. Da links! Alter! Ich schieße durch dich durch, Schoko! Das kannst du mir nicht erzählen! Da ist ein Loch in der drüge. Ja, du musst schon die Box setzen. Schoko, ey! Warum du immer? Halt dich da raus, Schoko! Raus hier! Raus! Nee, der hat schon 13 Kills. Alter! War klar, dass Schoko wieder ankommt. Oh, f... Äh! Wow, wow! Das ist 1-1 in Schoko, Kais. Wtf ist eine Pille. Wtf! Ja, Sniper Elite, Bro! Sniper Elite! Ich war fast in dir! Wtf! Alter! Alter! Das war aber nicht lange an Feier! Nee! Fuck! Natürlich kommt von hinten einer! Wie wär's, wenn wir Box in Box spielen, so spielen, wie's gedacht ist, und zwar apart! Und campen! Ja, aber wir können doch nicht lange kämpfen! Ab dem Schick! Du won! Fuck! Ja, okay, damit endest du die Aufnahme hier mit! Ja! Ja! Jauert rein! Aua! Aua! Hahaha!